Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute präsentiere ich euch die Pyroland Batterie Black Pain. Diese Batterie brennt 30 Sekunden, hat ein Kaliber von 30 Millimeter und hat 16 Schuss. Online könnt ihr diese Batterie bei pyroland.de für ungefähr 19 bis 20 Euro erwerben. Ich wünsche euch jetzt viel viel Spaß mit diesem Video. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Unglaublich, wie jede Batterie erzeugen kann, oder? Ja, Mann.